Das sind unsere Zaubermalstifte. Jetzt wird es noch mal spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu unseren Zauberpustestiften. Da puste ich die Farbe einfach so auf. Das ist kinderleicht und geht so. Lässt sich nicht inhalieren, sondern nur aufpusten. Und das Tollste ist, es ist sofort trocken und schmiert nicht. Und wenn ich meinen weißen Farbverwandler nehme, kann ich hier zum Beispiel Spiralen reinmalen oder Schlangenlinien oder Striche und schon habe ich einen knallbunten Schmetterling. Und auch bei den Pustestiften gibt es einen Farbverwandler. Der kann die Farben flächig verzaubern. Und ich kann in deinen Namen auch noch Feuer einhauchen. Und beim Schneemann es schneien lassen. Erinnerst du dich an die Geheimschrift? Die kann ich ganz einfach wieder sichtbar machen. So Julia, das ist dein Bild. Das schenke ich dir. Gib sie gut auf. Vielleicht ist es bald was wert. Wir haben hier einmal die Pustestifte gesehen. Wir haben Packungen, große Packungen mit einer großen Farbauswahl. Schablonen sind immer schon dabei. Dann haben wir hier die Malzauberstifte, die Malstifte in einer großen Packung. Und wir haben heute ein ganz spezielles Angebot für Sie. Wenn Sie zwei große Pakete nehmen, erhalten Sie auch zwei Schablonensets gratis dazu. Die kosten normalerweise 8 Euro zusammen. Insgesamt erhalten Sie das Paket heute bei uns für 31,98 Euro. Wem das noch ein wenig zu viel ist, dem kann ich auch ein Starterset anbieten. Sie sind bestehend aus einer kleinen Blowpants-Packung. Auch hier sind natürlich die Schablonen schon dabei. Und einer großen Malzauberpackung. Und selbst da bekommen Sie noch ein Schablonenset im Wert von 3,99 Euro dazu beschenkt. Komplett bezahlen Sie hierfür 24,98 Euro. Viel Spaß damit! Vielen Dank!